Ja, ich hab ihn getroffen, ich treff ihn, ich treff ihn Ja ok, warte, dann fang ich an zu snipen Mach du Terz, ich... Ja, ne, der bohrt den... Kennst du ja, da kommen die anderen mit ihren Klopputzen, ob es auch läuft Mit was? Mit ihren Scheiß-Tracks-PC Was? Ob es auch läuft irgendwie Ja, das mein ich ja Nachspring Jop Ja, aber Kontrastzeug läuft aber auch überall drauf, egal was im PC läuft Ja, stimmt Dann denkt sich halt einer der ein oder andere, ja komm, ich will Kontrast wegzocken, wenn nicht Ich habe irgendwie einen billigen 50-Euro-PC Ich kann jetzt hier Fortnite auf höchste Auflösungszocken holen Ach, ich auch Ich hab jetzt hier den PC, hab ich vor kurzem zusammengestellt Der hat das krasseste, was es zur Zeit auf dem Markt gibt Echt? Ja, ich hab jetzt vor kurzem 1080Ti geholt, weil die überall ausverkauft war Die ist sau teuer, ne? Ich hab im Laden 1100 irgendwas Euro bezahlt Nur für die Grafikkarte? Nur für die Grafikkarte Boah, Alter Ja, weil die alle in diese Speedcarry Mining dann waren Ja, genau, das ist das Oh, ich hab ne Scar Die sind alle so krank, Alter, ohne Witz Das geilste war, ich war bei Saturn, weil ich kenn hier bei uns im Saturn sehr viele Mitarbeiter Ich komm hier mit denen sehr gut klar Ja Und, ähm, ich sag so, yo, Jungs, passt auf Weil ich war, klar, ich hab im Internet natürlich vorher geguckt, ne? Die waren extrem teuer Hier ist noch ne grüne M4, wenn ihr willst Obwohl ich genau ne blaue geben Ähm, äh, ich sag so, ja, wie sieht's aus? Ich brauch ne 1080 Ti von Asus, die Strix, ne? Er so, ja, äh, war, war, ich sag so, ihr habt die auf jeden Fall schon mal hier gehabt Äh, weil im Online-Shop haben die die nicht, ne? Ich sag so, ja, kommt ihr da an sowas ran? Er so, ja, kann ich die bestellen? Ich sag so, ja, okay, weil da war grad ein Nvidia-Typ bei ihm Und, äh, also direkt einer von der Quelle Und, äh, also, ja, kann ich dir besorgen Weil die war ja rüber ausverkauft Oder ist immer... Ja, klar, weil alles im Bitkanteil Und, äh, ich sag so, ja, perfekt, geil War direkt hyped, war Ich sag so, ja, da kommt natürlich nur auf den Preis an Er so, ja, sag ich dir gleich Dann haut der auf einmal einen Preis raus Äh, was hat er gesagt? Äh, 849 Euro oder sowas Mhm Oder, ja doch Und das Billigste, was es zu dem Zeitpunkt im Netz war Waren 976, das heißt, ich hätte wie ein Huni gespart Vielleicht hätte er vielleicht ein paar Tage gewartet Eine Woche oder sowas, aber wär easy gewesen, ne? Mhm Ja, da hab ich halt die ganze Zeit, äh Hab ich natürlich bestellt, oder bestellen lassen Hab dann erstmal hier auf dem PC alles eingerichtet Erstmal zusammengebaut Weil mit der Wasserkühlung da ist, äh, noch ein bisschen mal passiert Da ist eine Schraube durchgedreht Die war dann im Kopf abgebrochen Da haben wir dann erstmal wieder ein bisschen dann gefuchtelt Und bababa Hatte ich also ein bisschen Zeit gewonnen Dass ich da jetzt nicht so das Leiden hab und warten musste Ja, dann, äh Warte mal, Digga, komm hierher Ne, wir gehen mal hier in den Schlitten drauf Ähm Ähm Was? Ja, ist der weiter? So, und dann bin ich irgendwann mal hingegangen und sagte, wie sieht das denn aus mit der Grafikkarte? Dann hat er dann nochmal nachgefragt, es gibt im Moment, er hat überall angerufen, es wird noch, also die sind gerade mal irgendwie dabei, die aus China neue Grafikkarten loszuschicken, die sind nicht mal ansatzweise irgendwie verplant, dass die auf ein Schiff kommen und bis die dann hier irgendwo in Deutschland ankommen, eingelagert werden, eingescannt, zum Versand rausgeschickt werden und dann bei Saturn ankommen, das wären Wochen, beziehungsweise, er hat mir gesagt, dass, ich habe jetzt mehrere Läden nachgefragt, hier, Konrad und so, das kennst du ja bestimmt auch, ne? Ja, okay. Ich war bei Konrad jetzt ein Eintag in Dortmund, also bevor ich mir die hier gekauft habe, hab dann erst mal bei Konrad nochmal nachgefragt, obwohl ich wusste, dass sie keiner haben, hab ich einfach mal auf Buchmarken gefragt und da hat er dann gesagt, ja, ich hab mal in welchem Lager, dann war ich direkt natürlich hype, weil ich dachte mir so, geil, 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 dann kam man mit solchen Billo Grafikkarten an, weil er sich vertan hat. Und, äh, ich sagst du, ja, ich sagst du mal eine ganz andere Frage, ich sagst du, warum kommt man im Moment denn nicht an Grafikkarten dran, ne? Ich wusste das, was mit diesem Bitcoin und sowas, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ich sagst du, ja, so und so, dann kam so ein Mitarbeiter zu mir hin, ja, wegen diesem Bitcoin-Mining, ich sagst du, hey, wie? Ja, ähm, die kaufen sich im Moment alle Grafikkarten, ich habe ja jetzt auch voll viele Videos auf YouTube gesehen, wo ganz viele Leute so 10.000 Grafikkarten in der Gartenhütte haben, Alter. Das ist krank, Alter. Ja, aber ich muss gleich was dazu erzählen, was passiert ist. Ja. Ein Kollege von mir, mit dem ich auch immer auf und zu zusammen programmiere, ne? Mhm. Der hat zum Beispiel, hat er damals die ganzen Bitcoins zusammengefarmt, ne? Ja. Und er hat mittlerweile so viele, der hat sich einfach ein Audi S4 gekauft, der hat sich auch ein Mercedes gekauft, der gönnt sich richtig damit. Mhm. Ich schwörs dir, Alter, wenn ich das gewusst, dass er so einen krassen Hype davon gibt, ne? Ja, das... Das Ding ist, der hat so viel zusammen gespart, der geht sich mal arbeiten, der hat immer so viel Kuh, dass er sich einfach alles gönnen kann. Ja. Glücklich, ne? Ja, der ist unnormal, krass glücklich. Und er freut sich natürlich auch, ne? Er ist auch so krank, dass ich zum Beispiel, ich sag dir, ja, keine Ahnung, voll Bock auf Pizza, aber keinen Bock zur Bank zu laufen, ne? Mhm. Dann geht der hin und bestellt dir einfach eine Pizza, wo du davon nixst, weil ich klinge einfach die Tür und eine Pizza ist da. Mhm. Ja, der ist schon da auch korrekt, aber der hat auch richtig viel gefarmt dafür. Naja. Ja, irgendwoher wusste er das Ding, oder kennst du das eine Foto, wo, ähm, der Binärcode, äh, 0, 1, 0, 1, 1, da drauf war? Ja. Ja, wir haben einen riesen Hype von uns, war, ähm, war dann, ähm, auf dem Foto, Binärcode, und da hinterher waren Bitcoins verstecken, okay? Ja. War ja noch so. Und, ähm, das Foto wurde dann, äh, gelöst von so einem Typen, bei dem genannte Bitcoins doch verboten waren, okay? Ja. Ja. Deswegen wollt ihr ja auch geheim bleiben, und, äh, keiner sollte fahren, dass er die Bitcoins bekommen hat, ne? Mhm. Äh, hinter dem Bitcoins, äh, hinter dem Foto waren 35.000 Euro. Boah. Ja, das ist richtig, dann bin ich ehrlich, Alter. Ja, das ist schon, das ist schon krasser Hype, jetzt aber, jetzt kannst du uns alles vergessen. Die Leute, die jetzt alles gefarmt haben damals, das geht unnormal. Äh, ja. Äh, ja. Oh, ich werde beschossen. Oh, ich werde beschossen. Oh, ich werde beschossen. Oh, Leute. Ich bin fast tot. Komm mal eben hier runter, bei ihm Hallen. Ja, ich hab noch einen Chili. Noch einen großen? Ja. Ja. Ja, trotzdem haben wir eben vielleicht einen droppen. Ja. Ähm, deswegen, Alter, das Problem war, dann war das Thema noch, Alter, ja, welche nehme ich jetzt endgültig, ne? Weil, dann hieß es auf einmal ja, die, die ich jetzt habe, die ist dann jetzt doch, ist zwar sehr gut, aber es gibt natürlich wieder bessere. Und die hießen, du kennst das ja, ne? Ja. Und anstatt man sich einfach zufrieden gibt, dass man überhaupt nicht eine 1080Ti kaufen kann, nein, man fängt wieder an rumzunörgeln und sucht wieder zwei Monate quasi. Okay. Auch eine bessere, ne? Ja. Obwohl, die eine, die ich schon drin hatte, ist dann bestimmt schon gut genug, ne? Richtig, ja, ja. Ich hatte ja noch keine, aber ich hatte halt jetzt die Auswahl, ne? Weil ich jetzt natürlich die Bestellung dann storniert hatte und dann wusste ich jetzt, ich musste jetzt, letztendlich hätte ich dann auf dem Kleinanzeigenmarkt mehr eine kaufen müssen, weil es halt irgendwie mehr kaufbar war, irgendeine, ne? Das war echt so dreckig, dieses Thema, Alter. Na, jetzt habe ich sie halt seit, boah, wie lange habe ich die? Jetzt zwei Wochen? Ja, gute zwei Wochen. Die läuft nun mal gut, ne? Ach, Junge. Also ich habe sie bis jetzt noch nicht großartig ausgereizt. Wo? Ne? Aber so, äh, allein, ich habe jetzt mir einen PC halt zusammengebaut, mit hier, mit Glasfenster und sowas, habe komplett LEDs und sowas gemacht und dies und das, habe einen komplett neuen Schreibtisch hier gebaut und so. Ähm, das ist alles mit dem PC synchronisiert, alles was am PC leuchtet, ist auch am Schreibtisch. Ja. Ähm, ey, das ist schon sexy, boah, wenn du halt so ein Ding hier neben dir hast, Alter, die 1080 Ti's haben, leuchten, das Mainboard leuchtet, der RAM leuchtet, die Wasserkühlung leuchtet. Hier ist ein AirDrop. Äh, das ist schon sexy. Also ich habe da echt lange drauf gewartet, dass ich mir sowas bauen konnte, ne? Es ist auch echt viel Geld da reingegangen, das muss ich dazu sagen. Ja, also ich habe jetzt durch mein alter PC, der war unnormal geil, ne? Ja. Ich habe den aber dann so weit ausgereift, dass er wirklich, äh, was weckt wie die Grafik hat, wo ich weggeplatzt habe. Bei meiner Freundin wurde so, du hörst noch so einen Tick PC aus, ne? In der Diska, Digga. Ja, ich bin weg halt, ja. Äh, du hörst noch so einen Tick auf eurer PC so aus, ne? Ja. Was gehen wir jetzt, glaube ich guckste drüber, ich dachte so, ein Netzteil läuft noch, geht, ne? Ja. Ich habe mich im PC gehabt zum Testen immer, ne? Ja. Jetzt so die ersten Teile, ich guckste, Grafikkarte am Rechnen, das ist ja toll, super, ne? Ja. Was war das denn, war ne 69? Also jetzt nicht wirklich so die krasseste von irgendwas, ne? Ja. Aber Hauptsache einfach die Grafikkarte tickt weg und dann hatte ich ja hier auch, äh, ich bin hier auf drei Bildschirme gegangen, ich habe hier voll ausgebaut, kommentiert und schreibt sich alles voll gewesen, ne? Ja. Also brauchte ich auch alles, um nebenbei zu programmieren für den Kollegen immer. Ja, braucht man auch, wirklich. Genau. Und jetzt, keine Ahnung, habe ich ihn dann verkauft, weil wegen Geldprobleme gehabt, ne? Ja. Habe auch genug rausbekommen, habe ich irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf, ich habe, äh, Krankheit wurde von mir entdeckt, ne? Mhm. Ich mache gar nichts mit PC, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas, ne? Was wir gestern sehen. Scheiße. Was? Äh, ich, ich sehe ihn auch gerade, ja. Ja, war eine Sekunde wieder zu spät. Mhm. Der hat direkt zugebaut, da hinten. Ja. Ähm, habe ich PC, habe ich alles, äh, so gelassen, hab mich auch, äh, hab mich generell weicher als auf Autos fixiert, ne? Mhm. Bin nur auf Autos, ja, habe ich, äh, Freizeit nur Autos lackiert und sonst was, ne? Ja. Ah, okay. Und dann kann der Kollege rufen mich, sagen, ja, ey, ich brauch deine Hilfe, ne? Komm runter, lass die ohne lang. Ja. Er sagt, ey, fuck, ich war das immer noch. Der, ey, scheiße alles, ich brauch deine Hilfe, mein Programmierer ist, äh, am Arsch, ne? Ja. Ja, okay, ich bin da hingegangen, hab mir mein PC wieder aufgebaut, so wie der jetzt hier steht, ne? Mit einem Bildschirm aber, um voll schnell zu programmieren so alt, ne? Mhm. Weil, das scheiße immer alles hin und her und du hast noch 20 Gramm auf dem... Ja, ich weiß. Naja, kenn das. Ähm, guck ich mir so an, was für Programmierer in der Zeit gemacht hat, weil die nicht abkommen werden, ne? Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja. Okay, dann kannst du es irgendwie safe bauen, kannst du es irgendwie safe bauen? Nice, 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 nice. Was, der durch Stress machen? Was? Durch Stress machen? Ja, ja, mach mal. Ah, der bohrt sich komplett weg. Ja, der bohrt sich komplett weg. Ja, ich hab ihn getroffen, streff ihn, streff ihn. Ja, okay, warte, dann fang ich an zu snipen. Mach du Terz, ich... Ja, ne, der bohrt sich eigentlich ganz vergessen, der bohrt sich schon mal zu. Wir sind irgendwie anders dran. Ach, was ein Ochse, ey. Aber der ist außerhalb der Ton, der muss sowieso hier rüber. Lass hier warten. Ah, ich baue mir mal irgendwie einen Turm. Da hinten, da hinten, da hinten. Wißt du ihn? Ne, noch nicht. Das da ist hinten in den Turm reingerannt. Ah ja, okay, ich seh'n. Ah ja, baut sich da hinten komplett ein, der Idiot. Ey, ist das blöd? Wow. Was ein Nacken, Alter. Macht hier auf Welle, Alter, und baut sich da hinten ein, wie so ein Mädchen. Ja, aber ist ja auch außerhalb der Ton, ne? Rechts, er wird gepusht von rechts. Ne. Oh, das war knapp. Wie weit, wie weit weg? Äh, 270 Grad. Er ist oben drauf, er ist oben drauf. Er ist oben hinter dem, hinter der Tanne, hinter dem Tannenbaum ist er. Ich seh' da hier nix. Ey, wie wär? Bist du das hier da rumläuft? Ja, aber. Ich bin hier unten, ja. Ich bin hier unten. Okay. Du kannst aber auch reinkommen, warte. Du kannst aber auch reinkommen, warte. Hier. Nein, ich seh'n. Der Retter oben, dich sehen, kannst du wegklappen? Na. Boah. Hast du noch Sniper Money? Äh, warte. Ja, Mann, ja, ja, hier. Oh, nice. Kling übertrieben andersrum. Nein, laufen wir. Okay, er muss rauskommen, er muss rauskommen. Er muss. Ich hab von rechts irgendwo gesnipet. Auch von einem Team mich schlecht, weil er mich nicht getroffen hat. Warte. Spring, komm mal her. Und jetzt spring mal. Ja, perfekt. Nice. Okay, hier links bei uns so weiter. Ne, ich bin hier unten geblieben. Ich bin hier hochgekommen. Ja, ich bin hier hochgekommen. Noi. Du warst auch oben schon. Ja, ich bin hier unten gelandet. Wow. Egal, der kommt, der kommt jetzt sowieso was, ne? Ja, ja. Ich komm jetzt auch gleich. Warte, ist der Typ jetzt hinten verreckt. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube ja. Es sind noch 20 Leute, Dinger. Warum ist die Zone noch so groß? Alter. Da ficken. Wieso treffe ich denn jetzt nicht? So wie, so wie Photoshop. Das Gute ist, dass er sich jetzt gleich bewegen muss. Da ist schon wieder einer vom Sturm gekillt worden. Machst du noch ein Schildi zufällig? Ne, Schildi hab ich gerade gar keinen, ja? Okay. Einer wird sehr wahrscheinlich jetzt hier gleich an uns vorbeilaufen. Ich mach mal so ein bisschen hier hin. Ja, ich hab mich auch hier hochgeworden, alles gut. Ja, jetzt über dir sogar. Weiß. Einmal das sind ja immer in der Hände. Ne, den werde ich auch nicht treffen, das versuche ich erst gar nicht. Oh, ich hab gar nichts mehr zu tun. Ganz im Bauen, Alter. Scheiße. Ich hab ja auch nicht mehr viel, auch fast nichts mehr. Ey, wir müssen los, wir müssen los, Zone. Oh, 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 oh. Hast du Schaden bekommen? Ne. Gut. Machst du heute mal auf die Scar wechseln? Also ich lauf hier mit Sniper in der Hand rum. Oh, ne, Alter. Oh, rechts von uns, rechts von uns. Wie viele? Oh, ne. Er ist runtergefallen. Ja, ne, er ist runtergefallen. Da ist noch einen obendrauf. Echt? Ich hab noch einen obendrauf gesehen. Ja, 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 er hält mich ab, er hält mich ab. Guck mal, hier hab ich auch ein Unruh, das Gefühl. Hier ist safe auch was. Ja, dieses. Oh, mach's ja gut. Ja, deswegen können wir mal hier abgeholtzen. Komm, wir gehen hier unten dann. Ja, Mann, hier ist gut. Ja, weil das müssen wir mitnehmen. Ja, mach wir eben. Wenn wir gleich auf jeden Fall noch B fahren. Okay, komm. Jetzt Munitionskürste, warte. Ja. Ja. Sniper Muni. Probieren. Ja, perfekt. Aber ich ne, ich ne, ich ne, ich ne, ich ne, ich ne, ich ne. Ja, genau. Ich bin schon unten. Hast du Fallschalen bekommen? Ne, ne, alles gut. Okay. Wenn du Fallschalen oder sowas nicht kriegen willst, dann musst du F2 drücken auf diese Plattform und dann irgendwo den Berg runterrutschen und dann immer diese Plattform platzieren. Ja, ja, kenn ich ja überhaupt. Okay. Vollführende. Ähm, Paket, ne, aber fast nix, ne? Granatwerfer? Hab ich. Echt? Ja. Hier. Ich hit mich mal hier. Hey, nice. Links von uns hergebaut, links Tout-基本. Danke vor uns. Aber click, komm her, multiply. Wir gehen hinterm Stein, hier ist nichts. Hier dürfte eigentlich nichts von hinter uns kommen. Oben links, um, links, um, links, um, links. Hab ihn. Nein, 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 nein. Marte, warte, lass mich verschslecheln. Komm noch, woh, 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 woh. noch einer auf dem auf dem weg doch ja scheiße ich dachte läuft links kommen wir müssen pushen habe ihn habe beide digger mein gott das gar hast du ne das gab ich ja komm warte mal wir gucken mal ob die materialien haben dann können wir uns darauf ein paar snacks zogen alter ich habe einfach wenn der hochgeschossener beide getroffen und wir haben eine goldene granatwärter was war das brauchst du ar munition also m4 m4 brauche ich auf jeden fall ich habe sniper schluss 109 ich habe 1000 m4 schuss habe ich dir hingelegt hatte ich habe 40 schuss wir haben die ganz oben genommen der ganz oben auf dem berg wir haben noch nicht wollen wir gehen jetzt hier hoch und sind zu wollen langsam ich habe hier alles abscannen das problem ist sie ist noch viel zu große wasser im wagen ist die zone kommt das immer noch hier drin wir haben alles was wir brauchen und jetzt warten wir eben ob da und noch was hoch kommt jetzt noch ein links von uns was ist da vorne kommt da noch irgendwas wenn jetzt schön links von uns wird gebaut digger rechts von uns von dir aus pass auf die das neidlich das neidlich das neidlich ich habe mich auch gesehen runter soll ich das runter wollen ja schieß mal ein bisschen ich habe ihn was ist denn los weißt du was das problem jetzt bei ihm war er war zu hoch wir haben jetzt einfach unten seinen stützpunkt wenn du unten ja alles einreißt stürzt der rest ein wenn du unten alles einreißt ist oben alles bricht das ein und dann nice digger du hast schon viel angefangen das war ja richtig schlecht alter ich dachte das sind noch voll viel ich habe gar nicht mehr geguckt wie viel noch leben ja ich auch und dann haben wir uns mit gewonnen hä okay geil warum nicht ja okay ja okay